Äh! Äh! Ich bin ein Rohr, was Münzen kotzt! Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Outboard New and Dasty! Ich habe ewig nicht mehr aufgenommen und hochgeladen und bin jetzt gerade am gucken, wo wir hier denn sind. Und ich scheine mich noch zu erinnern. Das lief doch schon mal ganz gut. Okay. Ah! Äh... Das ist nicht cool. Ich speichere mal. Gut, den kann ich nicht dingsen. Das war blöd. Das... War nicht optimal! Oh, nö! Ja! Wir sehen, das geht wieder super los hier. Ähm... Moment. Hat der vorher geschlafen oder war der die ganze Zeit wach? Äh, 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 äh. Das Problem ist, sobald ich runtergehe, hört er mich. Also muss ich springen und dann eigentlich runter. Aber Abe hat kein Interesse heute daran zu springen. Okay, wir warten mal, bis der nochmal schläft. Dann speichere ich nochmal. Also, zwischenspeichern. Gibt es denn keine Möglichkeit, da irgendwie leise runterzukommen? Okay. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ah! Hört auf zu schießen. Speichern. Hopp. Ja, ja. Den kann ich auch nicht dingsen. Das war jetzt so nicht geplant, aber das lief. Oh Gott, benutzt das Ding. Benutzt es. W-w-w-w-w-w. Nach oben. Okay, okay. Äh. Oh. Der Scheiter. Okay, ich soll jetzt irgendwas mit Bomben machen. Natürlich, ich kann hier bombardieren. Was ist denn, wenn ich... Ja, das sollte ich vielleicht nicht tun. Hm. Das ist immer alles so kompizent. Kann ich noch weiter nach oben? Nein, leider nicht. Ich möchte die ja natürlich schon irgendwie wieder retten. Werf! 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 Ich speichere nochmal. Ah! Das wird nix! Das wird nix! Joa. Wir stellen fest, das war dumm. Und dieser Save ist total uncool gesetzt. Oh, ich hab ne Idee. Hahaha! Jetzt krieg ich dich. Cook it to perfection. Perfektion. Ach ja, ich komme da gar nicht rüber. No. Doch. Verzeihung. Ich glaube, ich werde etwas krank im Moment. Geht in die Freiheit. Okay. Das lief doch. Wirst du haben die Macht, irgendwas zu haben. Und jetzt haben wir das alles geschafft. Dann können wir zu Zulag 5. Ich will nicht rennen. Ach so. Das ist wieder so komisches Geduld. Es sollte eine 3 sein. Für mich ist das aus wie eine 5. Dann müssten wir jetzt in der 4 sein. Ich kann zählen. Ja, ja. Wir kennen das Bild schon. Immer dieses Chaos. Für mich sieht es trotzdem aus wie eine 5. Vor allem jetzt. So, aber glaube ich eine... Ja, 4. Sieht komisch aus. Okay. Oh nein. Das sieht schwer aus. Oh Gott. Ich muss mich ja nicht unbedingt gleich bemerkbar machen. Da kann ich rein. Wo lande ich? Oh Gott. Für Service bitte läuten. Ich lasse das jetzt mal. Wo genau bin ich denn? Äh... Ja. Irgendwo da. Oh Gott. Ich müsste vielleicht nochmal zurück. Aber ich weiß nicht, ob da was ist. Ich läute jetzt mal... Oh scheiße. Ah! Service! Das hätt ich vielleicht nicht hin. Äh, äh... Oh nee. Oh nee. Ah! Nimm dieses! Okay, das sieht schwerer aus als es jemals war! Okay, ich hab zwar Alarm ausgelöst, aber es ist sonst nichts... Ja, ähm... Das lief gar nicht. Okay. Hopp! Das war blöd. Ich möchte genau da hin. Ich bin noch im... Oh Gott, wie viele kommen denn da? Ich geh jetzt diesmal nicht durch den Alarm. Oh je. Das... Ich weiß nicht... Ob ich das jemals hinbekomme. Speichern! Und dann muss ich hier irgendwie in Sicherheit kommen. Okay, bis wohin gehst denn du? Du gehst komplett durch. Okay. Wenn ich Glück habe, kriege ich diese Bombe da irgendwie an. Und dann bin ich den hier wenigstens los. Los bitte... Oh! Haha! Trefft sie mich trotzdem noch? Hm. Sie wissen nicht, dass ich da bin. Ah! Ich speicher. Oh Gott. Verschwindet mal! Okay. Hopp! Hopp! Ja! Okay, ich halte nur noch einen Schuss aus. So, komm, geht! Geht! Bin fort! Hopp! 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 Ja, das war doof von mir. Ich hätte... ...einfach weiter schleichen sollen. Komm, geh weg! Das gibt's nicht! Von welcher Entfernung sehen die mich denn? Gut, sie scheinen mich aber im Tunnel komplett nicht zu sehen. Speicher? Ja, komm, du kannst auch weg. Das schaff' ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ah! Hier sind zu viele Slicks! Kann ich auch werfen? Cool. Ich bin ein Rohr, was Münzen kotzt. Ihr könnt jetzt gehen. Nicht zu mir! Okay, ich hoffe, dass ich hier so auch noch sicher bin, aber... Ich spreche nochmal. Das tut mir leid, dass das jetzt länger dauert. Das gibt's nicht. Es muss irgendwie... Ja, 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 ja. Ja, okay, das war vielleicht auch nicht so schlau, komplett rauszugehen. Bumm, toll, ich habe nur einen getötet. Das ist ungünstig. Moment, lalalalalala. Der darf, die dürfen, müssen alle zusammen hier ankommen. Oh Gott. Zusammen. 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 Hallo, zusammen. Oh nein. Ja, 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 ja. Yeah. Wieder nur einer? Ich fühle mich verarscht. Arsch. Guck mal, geht mal weg. Da, weg. Okay, wir müssen jetzt raus und dann einfach schnell sein. Oh Gott, ich habe es geschafft. Speichern. Jetzt kann ich auch Alarm aus... Scheiße. Ah, 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 ah. Okay. Die haben mich gesehen, ich fasse es nicht. Weg mit euch. Hallo. Äh, ich habe irgendwie die Befürchtung, das könnte jetzt alles komplizierter werden. Ich versuche, die trotzdem wegzulocken. Ja, komm. Das gibt es doch nicht. Warum kommt denn der genau in den Moment, wo ich da lang gehe? Moment, ich mache das anders. Laden. Zwei Schritte gehen. Stehen bleiben. Das gibt es nicht. Dann kommen die auch alle sofort. Ich hoffe, das mache ich hier nicht umsonst. Das gibt es nicht. Jetzt kommt er schon wieder. Okay. Ich speichere einfach mal zwischen. Das gibt es nicht. Jetzt habe ich mich zu früh bewegt. Wie kann denn das sein? Wie unfair ist denn der Scheiß? Mano! Ach, leck mich doch am Puppe, du blöder Idiot. Ich mag die Slicks nicht. Oh Gott. Okay. Ich bin im Dings. Was mache ich jetzt? Ich komme hier eh nicht weiter. Das Schlimme ist, ich komme auch nicht mehr zurück. Wenn ich jetzt Schommelong mache, dann bin ich auch Schommelong. Und zwar so richtig. Schommelong. Okay. Ablenken. 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 Lenken. Oder nach da. Hm. Hm. Bewegen sich nicht. Das gibt es nicht. Äh. Äh. Wie lange gucken die da hin? Moment. Ich speichere mal. Zwei Schritte gehen. Werfen. Wer... Was hat mir das jetzt gebracht? Das macht doch gar nichts. Ich komme da niemals. Ich komme da nicht hin. Was? Ich komme hier nicht mehr weg. Das ist jetzt natürlich richtig blöd. Ja, wenn ich Wummelong mache, bin ich tot. Okay. Gut. Ich, äh, habe jetzt keine Ahnung, wie ich hier wegkomme. Gut. Kann ich jetzt irgendwie auch nochmal einen anderen Speicherplatz haben, bitte? Wäre ganz nett, irgendein, wo ich noch wegkomme. Wo ich vielleicht auch noch eine Bombe habe. Das ist so zum Kotzen gerade. Versuch mal, ob ich die jetzt vielleicht irgendwie wegrumsen kann. Oh, ey. Also, ich muss ehrlich sein, der geht mir gerade... Das ganze Level geht mir gerade ein bisschen auf den Keks. Oh ja, komm, verschwinde. Aber die bewegen sich da auch nicht hin. Die gucken los. Das ist nicht der Plan. Jetzt laufen die alle so getrennt. Das ist doch zum Kotzen. Ich will hier wieder weg. Wenn's geht, schnell. Das kann ich vergessen. Ich komme hier nicht mehr weg. Was mache ich denn jetzt? Hallo? Ich merke, das wird hier gerade ein Rage-Part. Das ist nicht lustig. Ach, kommt. Und immer dieses getrennt sein. Ja, komm. Komm, komm, komm. Ja, danke, Abe, dass du den Knopf gedrückt hast. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Dass du nichts tust. Jetzt sollt ihr kommen, bitte. Jetzt geht alle zusammen. Alle zusammen. Okay, ich muss jetzt... Wie kriege ich die jetzt dazu, dass die alle zusammenkommen? Bitte zwei. Danke. Überlebe ich einen, wenn ich jetzt losrolle? Ich speichere nochmal. Ich überlebe das nicht. Ich komme hier nicht mehr weg. Das ist gerade sowas von blöd. Oh, was machst du? Woooah. Musik. Oh. Oh. Bis zum nächsten Mal.